Ein Hallo und Willkommen zu Berliners Showbook. So, heute gibt es ein neues kleines Infovideo zu den neuen Bestimmungen von YouTube. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen haben sich geändert und wir kleinen YouTuber, wie auch die großen YouTuber, können da überhaupt nichts gegen sagen. Und ich werde euch jetzt mal erklären, warum wir alle kleinen YouTuber hier vollkommen in den Allerwertesten getreten bekommen. Und zwar, ich fange mal an. Da habe ich mir meinen Laptop dazu geholt. Das muss ich Ihnen vorlesen. Achtung, es geht gleich los. YouTube ändert und verbessert den Dienst fortlaufend. Es ist auch möglich, dass wir den Dienst oder Teile davon verändern müssen, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu optimieren, Funktionsweise und Features anzupassen, Gesetzen zu entsprechen oder illegale Aktivitäten auf unserem System oder deren Missbrauch zu verhindern. Die Auswirkung solcher Änderungen auf die Nutzung des Dienstes werden wir jederzeit berücksichtigen und im Hinblick auf die jeweiligen beeinträchtigten Interessen abwägen. Ja, genau. Da geht nochmal ein Dank raus für die Löschung meines letzten Kanals, wo ich sehr sehr hart gearbeitet habe. Ein ganzes Jahr war es dann quasi umsonst. Ich habe YouTube gefragt, warum die den Kanal gelöscht haben und sie haben mir keine konkrete Antwort auf meine Fragen gegeben. Danke für den Dienst. Hat mir sehr gut gefallen. Aber ich habe gesagt, es ist mir egal. Ich fange nochmal neu an. Und jetzt den nächsten Nackenschlag zu bekommen als kleiner YouTuber ist einfach sehr sehr schade. Aber es ist momentan so, es gibt keine andere Plattform, wo du Videos wirklich hochladen kannst und auch Playlists erstellen kannst. YouTube hat das beste Programm und das wissen sie. Und ich kann auch wirklich nicht auf Twitch momentan gehen, weil ich meinen kleinen Sohn noch habe. Und ich kann nicht täglich einfach so mal zwei Stunden am Stück streamen. Deswegen muss ich mich auf YouTube verlassen. So, gehen wir jetzt gleich mal zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen über. Die möchte ich euch ebenfalls vorlesen. Die habe ich nicht alle im Kopf. Es haben sich im größten und ganzen Kleinteile verändert. Und das Schlimmste aber jetzt, und jetzt erzähle ich euch, warum wir kleinen YouTuber und YouTube sich einfach nur noch mehr Geld anschäffelt. Und zwar das Recht auf Monetarisierung. Normalerweise bei YouTube ist es so, dass man ab 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Spielzeit beziehungsweise Anschauzeit deiner Abonnenten ins Partnerprogramm gehen darf. Und in diesem Partnerprogramm besteht die Chance, dass du dann auf YouTube mit Klicks Geld verdienen kannst. Jetzt hat das YouTube aber so gemacht, dass auch Werbung auf die kleinen Kanäle geschaltet wird. Aber die kleinen Kanäle, die bekommen dafür kein Geld von YouTube. Sondern ja, das ganze Geld behalten einfach YouTube für sich selbst. Achtung, ich lese euch das mal vor. So, sie räumen YouTube das Recht auf ihre Inhalte, ihre Inhalte auf den Dienst zu monetarisieren. Diese Monetarisierung kann das Einblenden von Anzeigen im Rahmen der Inhalte oder das Erheben von Zusatzgebühren für den Nutzer umfassen. Ja, das sind dann halt die Werbung und die anderen Sachen. So, dann haben wir hier noch was. Das Recht auf Monetarisierung. Wir beginnen nach und nach damit in einer begrenzten Anzahl an markensicheren Videos auf Kanälen, die nicht am YouTube Partnerprogramm teilnehmen, beziehungsweise keine Monetarisierungsvereinbarung mit YouTube haben, Anzeigen einzublenden. Diese Creator haben zwar keinen Anteil an den Einnahmen aus diesen Anzeigen, sie können sich aber weiterhin auf das YouTube Partnerprogramm bewerben, sobald sie die Teilnehmerherausforderungen erfüllen und deren sich nichts ändert. Ja, das habe ich euch gerade eben erklärt. Bis man wirklich in dieses Partnerprogramm rein kann, braucht man erstmal 1.000 Abonnenten und dann noch die ganze Sendezeit. Mit meinem letzten Kanal habe ich die Sendezeit definitiv erreicht. Die Abonnenten waren noch ein bisschen zu wenig. Ja, und da gibt es noch einen Steuerabzug. Das interessiert mich jetzt in dem Fall nicht, aber das ist auch wieder was Neues, was YouTube jetzt macht, um wieder mehr Geld in ihre Kasse zu spielen. Und zwar, wenn du auf einer anderen Vereinbarung zwischen dir und YouTube berechtigt bist, Zahlungen von YouTube zu erhalten, werden all diese Zahlungen ab dem 1. Juni 2021 als Tantiment behandelt. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, behält Google zusätzlich Steuern in deinen Zahlungen. So, und was ein Tantiment ist, ist eine ergebnisabhängige Vergütung, die du dann quasi von dieser AG, von YouTube bekommst. Ja, und das ist einfach so, dass YouTube sich hier noch mehr und mehr Geld in die Kasse spielen lässt von den ganzen Videos, die vor deinen eigenen Videos reingeschaltet werden. Und du hast absolut kein Mitspracherecht. Ich möchte hier nicht hetzen. Ich möchte nur sagen, dass ich komplett enttäuscht bin und dass all meine Zuschauer jetzt Werbung sehen müssen, obwohl ich eigentlich nicht im Partnerprogramm bin und obwohl ich gar nicht entscheiden kann, ob sie Werbung sehen dürfen oder ja, YouTube macht es einfach so, dass sie mehr Geld bekommen und wir haben überhaupt kein Mitspracherecht und das ist wirklich der Dienst, da haben sie wirklich verbessert, muss ich schon sagen. Ja, also finde ich echt klasse. Ja. Und wie gesagt, der Dienst beginnt dann am 1. Juni bei uns hier in Deutschland und in anderen Ländern auch, außerhalb der USA, Juni 2021. Wir können nichts daran ändern und es wird definitiv in Kraft treten. Ich bin gespannt, wie das wirklich ist mit den kleinen Anzeigen und so. Aber wenn sie einmal kleine Anzeigen durchbringen, dann wird es mit Sicherheit auch, ja, das nicht länger klein bleiben, sondern es wird immer, immer ein kleines bisschen größer und dann irgendwann hast du ein 2-Minuten-Video, wo du dir anschauen musst, bevor du dann eigentlich dir das eigene Video, was du sehen willst, anschauen möchtest. Die, ja, YouTube zwingt dich quasi dazu, Premium YouTube zu kaufen. Das gibt es ja auch auf YouTube-Angeboten. Damit schaltest du die Werbung raus. Das kostet aber monatlich, glaube ich, ein bisschen was. Das kann ich euch mal raussuchen, YouTube Premium. YouTube, das habe ich jetzt nicht vorher gesucht, tut mir leid. YouTube Premium. So, sorry für die kleine Wartezeit. YouTube Premium kostet 12 Euro im Monat und dann kannst du dir wirklich die Werbung sparen. Es gibt natürlich auch Adblocker und alles drum und dran, aber ja, um wirklich 100% werbefrei zu schauen, ist halt, zwingt dich YouTube dazu, dieses Premium-Paket zu kaufen und dann hast du keine Werbung mehr. Ich habe es nicht gekauft, noch nicht. Ich werde mir überlegen, ob ich es kaufe, keine Ahnung. Und ja, ich wollte euch jetzt nur mal sagen, was sich jetzt ab Juni ändert und dass ich definitiv nicht daran schuld bin, wenn jetzt Werbung von meinen Videos geschaltet werden. Ich möchte eigentlich meinen Zuschauern werbefreie Videos anbieten, soweit ich das kann. Und ja, danke, dass du bis zum Schluss dabei warst und würde mich freuen, wenn du dann weiter dabei bleibst und Wolinio Showbox und mich weiter supportest. Danke für den Support und ja, bis einem der nächsten Videos oder Let's Plays. Mach's gut, ciao und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.